Ich kann nicht so leben mit Kameras, die uns ständig beobachten. Es ist selbstmacht, in den Widerstand zu gehen. Du musst an deine Kinder denken. Genau das mache ich. Du musst Los Angeles verlassen, verstehst du? Wer immer hinter diesem Angriff steckt, weiß genau, was er tut. Was ist mit uns? Wir müssen zusammenhalten. Nur so können wir überleben.